Grüße, hier ist wieder euer Knubbel und ihr seht es, ich habe ein Minispiel mitgebracht, das heißt I'm a Vet, also ich bin ein Tierarzt. Ich guck grad mal, was gibt es hier denn noch so? Musik lasse ich mal an, das ist französisch. Ja, das wird französisch sein. Egal, starten wir einfach mal. Also ich weiß, wir sind Tierärzte und ich weiß, es geht um seltsame Tiere. Okay, unser erster Patient ist da. Hello, how can I help you? Emma Hi, I'm here for my little Giggi. He isn't doing so well these days. I don't know what to do. I'll see what I can do. Oh, hi Giggi. Ich weiß, was er hat, er ist hässlich. Okay, this is clear to me. The weather is too hot for Giggi. If I trim his fur a bit, he should feel better. Okay, wir sollen nicht mal so Haare schneiden, damit die nicht zu heiß ist. Ah, der hat ja sogar ein Auge. Noch mehr? Wo muss ich denn hier weiter klicken? Schnipp, schnipp. Komm, schnipp. Er schnippt nicht. Er schnippt nicht. Da. Continue. There you go. He might feel way better now. Oh, thank you. He looks so relieved. Ja, fröhlich ist er auch. Bye, dog. Goodbye, Emma. Goodbye, Giggi. Und da ist das nächste hässliche Vieh. Hello, my friend. Oh my, it seems to be suffering a lot. Yeah, she isn't eating. Open your mouth, cutie. I can see a lot of tooth decays in there. I'll take care of this. Drag and drop the decays into the bowl. Äh. 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 Hallo. Ich klicke doch. Kann das vielleicht mal stillhalten? Einmal. Komm hier. Sehr gut. Bitte, Doctor, help this poor baby! What's happening? I found this creature in consciousness shivering and barely breathing on my way back home. Let's perform an X-Ray! Okay. Click on the foreign objects to remove them. Arrow keys to move the view. Arrow keys. Arrow keys. Das da? Oh, was hat denn da alles verschluckt? Tasse, ein Hammer, ein Schlüssel, ein Kochtopf, eine Kette, eine Sanduhr, eine Brille, eine Fliege, ein Glas. Meine Güte, was für arme Viecher. Da kommt der Nächste. Die Frau könnte auch etwas Hilfe gebrauchen, glaube ich. Medizin. Und das war ja einfach. Was, was, was? Was, oder? Was, was? Das? Frame es. Das Batman, das hat erste Marty理ffeld, genau rechts. Und in der학교platte. Das ist dein Heimat extra, was? Thanks for playing! Ah, okay, das war anscheinend keine Demo für ein Vollspiel das kommt, sondern ein Spiel an sich. Na dann haben wir ein kurzes Review gemacht, das kürzeste Review aller Zeiten. Wahrscheinlich nicht, aber wir haben alle Tiere gerettet. Dann macht's mal gut, bis bald! Bis zum nächsten Mal! 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 Vielen Dank.